Untertitelung des ZDF, 2020 Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich hab mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Leute, das war echt ein knapp Fingerspitzengefühl erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spürt's. Wow! La Draculaia, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nur mal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Blenden unserer Zeit. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus, Jona. Ich komme ja, Tante Mathilda. Nur im Kino.